Offset trifft digital. Damit ergeben sich ganz neue Möglichkeiten. Anhand des Buchprojekts von Urs Lieber, 100 Zeichnungen, möchte ich Ihnen aufzeigen, wie einfach Farbmanagement sein kann und welche bisher unerreichte Qualität auf ungestrichene Papiere damit zu realisieren sind. Ursprung für eine perfekte Farbwiedergabe und Detailtreue ist die Digitalisierung, sprich der Scan und die Bildbearbeitung. Bei den Zeichnungen von Urs Lieber wurde darauf geachtet, dass von den hellsten Tonwerten bis hin zu zuvor unerreichbaren Tiefen die Tonwerttrennung der Originale erhalten bleiben. Gemeinsam mit Urs Lieber wurde in einer kalibrierten Umgebung die Abstimmung der Reproduktionen mit den Originalen vorgenommen. Bei der Druckausgabe fiel die Wahl auf die Komori Imprémia IS29. Vor allem wegen der Möglichkeit der Farbwiedergrabe auf ungestrichene Papiere dank der LED-UV-Technik. Der Bogenlauf dieser Maschine ist der einer Offset-Druckmaschine und obendrauf ist modernste Digitaldrucktechnologie. Dies ist momentan einzigartig in der Schweiz. Die Protagonisten bei diesem Projekt sind zu allem Anfang Urs Lieber, der seine Leidenschaft, das Zeichnen in seinem Buchprojekt 100 Zeichnungen reproduziert haben wollte. Bei der Datenerfassung kam die PQF-Software von Walter Huber zum Einsatz, welche streng nach systematischen Reproduktionsprozessen sämtliche sichtbaren und teils von Auge zuvor in den originalen, nicht trennbaren Details hervorbringen kann. Die Bildbearbeitung und die Produktionsbegleitung lief über Pro2Media und der Druck und die Ausrüstung des Buches wurde durch Niedermann-Druck anhand von gelieferten RGB-Daten auf die Komori Imprémia IS29 ausgegeben. Wer ein hohes Mass an Qualität in der Ausgabe erreichen möchte, sollte bei der Datenerfassung darauf achten, sämtliche sichtbaren Details eines Originals in der Reproduktion übernehmen zu können. Mit der PQF-Software und dem darin enthaltenen Bildverarbeitungsprozess werden die Daten in einer erweiterten Farbtiefe und Farbraum verarbeitet und danach in den gewünschten RGB-Ausgabe-Farbraum konvertiert. Als Reproduktionsfotograf oder Lithograph ist es nun die Aufgabe, die vom Kunden gewünschten Farben und Details so hervorzuheben, dass eine grösstmögliche Annäherung an das Original zu erreichen ist. In diesem Fall wurde nicht eine CMY-Kabelbearbeitung, entsprechend PSO-uncoated vorgenommen, also auf ungestrichene Papiere, sondern mit Blick auf die Möglichkeiten der Farbwiedergabe einer Komori IS29, alles in RGB. Grosser Vorteil, die Daten können ausgabeneutral für eine Langzeitarchivierung gespeichert und bei späteren neuen Normen und Ausgabemöglichkeiten mit einfachstem Farbmanagement ins Ziel verrechnet werden. Sieht man sich diese Beispiele an, erkennt man wie in Lichtern und Tiefen von 0 bis Tonwert 255 noch sämtliche Trennungen und Details erhalten sind. Dazu werde ich das Ganze etwas einzoomen und Sie sehen die Lichterzeichnung, jeder Tonwert bis auf 1% druckbar ist hier abgebildet. Gehe ich mit dem Bild etwas nach oben. Sehen Sie auch in den Tiefen des links unten stehenden Bildes und auch bei dem Hund in den tiefen Bereichen, da ist noch jede Menge an Details erkennbar. Ich zoome das noch mal ein und auch in den Lichtern bei den Zähnen, alles ist deutlich erkennbar durchgezeichnet. Schauen wir uns einmal die Farbwiedergabe der Komori an. Die links aufgeführten Normen können mit diesem Drucksystem erreicht werden. Besonders bemerkenswert ist die Weltneuheit, dass PSO Coated auf allen Papieren, seien es uncoated, also ungestrichene oder Designpapiere erreicht wird. Mit F59 wird eine perfekte Wiedergabe von sRGB möglich und somit, wie rechts auf der Folie zu sehen, z.B. Violett-Töne, welche so in CMYK mit PSO uncoated, hier mit der Farbumfangwarnung in Photoshop grau markiert, nicht erreichbar sind. Weitere Vorteile, welche für diese Druckausgabe sprechen, sind der FM-Raster, der mit einem 150er Raster in etwa zu vergleichen ist und für eine beeindruckende Homogenität ohne Rastermoire in den Flächen sorgt. Der Andruck erfolgt auf das Auflagepapier und entspricht logischerweise der Rasterung und der Haptik des Auflagendrucks. Papiere werden nicht geprimert und eine grosse Materialvielfalt ist dank der LED-UV-Technik möglich. Auch Grossauflagen bis hin zu 2000 Exemplaren werden bei Niedermann-Druck auf der Komori produziert. Dadurch ergeben sich wirklich neue Möglichkeiten und Produktionswege. Gerne möchte ich Ihnen einmal anhand des HLC XL Atlas von freier Farbe aufzeigen, wie sich z.B. PSO Uncoated mit PSO Coated vergleichen lässt. Jetzt sehen Sie PSO Uncoated, das wäre PSO Coated und jetzt schauen wir mal, was in sRGB an Farbumfang in diesem Bereich von 315 Grad im Farbenkreis zu realisieren sind. Und wenn man bedenkt, dass die Komori dieses abbilden kann, dann ist das schon erstaunlich, wie viel gerade z.B. in solchen Violett-Tönen wirklich erreichbar sind. Ich gehe mal in den Orange-Bereich von H70 und wenn man da schaut, wir haben sRGB, das wäre PSO Coated V3 und das wäre PSO Uncoated. Also wir können jetzt einiges mehr an Farbe und vor allem auch an Farbauftrag auf diese Ausgaben realisieren. Aufgrund der zuvor genannten Prozesse und der Bereitschaft aller Beteiligten, neue Wege zu gehen, fällt das Fazit von Urs Lieber entsprechend positiv aus. Das Endprodukt hat für ihn eine bisher nie dagewesene Qualität. Es ist eine grosse Genugtuung zu hören und zu sehen, dass es mit einfachstem Farbmanagement und dem Ziel, unikate Dateien für unterschiedliche Anwendungen und Ausgaben zu erstellen, heute möglich ist, hochwertige und zuvor unerreichte Qualität zu erreichen. Auch in Anbetracht auf eine Langzeitarchivierung und spätere Verwendung auf neue Normen und Ausgabemöglichkeiten. Der Workflow bedingt ein hohes Mass an professioneller Datenerfassung und Verarbeitung und einer Qualitätskontrolle vom Monitor bis hin zur Druckmaschine. Diese Art der Verarbeitung ist dann jedoch einheitlich und auch für einen Layouter einfach zu handhaben, ohne kompliziertes Farbmanagement. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und es würde mich freuen, wenn ich auch eines Ihrer Projekte zukunftsorientiert begleiten dürfte oder Ihnen die Einfachheit des Farbmanagements aufzeigen darf. Ihr Peter Jäger 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 Jäger